Ich kann Menschen zunehmend verstehen, die keine Lust mehr haben, in diese Welt Kinder zu setzen. Und vor allem in dieses Mitteleuropa keine Lust mehr haben, Kinder zu setzen. Denn was hier so tagtäglich, Woche für Woche passiert und einfach vom Mainstream weg ignoriert wird, ja, da ist mal großer Aufschrei ganz kurz für ein paar Stunden und dann ist wieder ruhig, das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Die einzigen, die sich wirklich für die grundlegende Problematik, die zugrunde liegende Problematik interessieren, das sind wir, ja, unsere kleine rechtsradikale Blase. Und der Rest, ja, der erredet sich das Ganze halt irgendwie schön. Aber am Ende des Tages sind es unsere Kinder, die darunter leiden müssen. Und gerade in der Bundeshauptstadt meines wunderbaren Unrechtsstaates, nämlich in Wien, da ist, verzeiht mir den Ausdruck, aber anders kann man es nicht mehr sagen, die Kacke ordentlich am Dampfen. Wien steht wieder einmal unter Schock. Ja, die dritte Woche jetzt in Folge. Zuerst war es ja ein Afghane, der in einem Erotikstudio gemeint hat, er muss ein paar Frauen abschlachten. Dann war es die Story mit den 17 Vergewaltigern einer Zwölfjährigen, alle mit Migrationshintergrund oder Erstmigranten. Und jetzt das, eine Schülerin, 14 Tote aufgefunden in einer Wohnung eines Afghanen unter Drogeneinfluss. Also quasi eh alles wie immer, oder? Warum beschwert man sich überhaupt? Warum stehen alle unter Schock? Es läuft ja alles seine ganz normale, gewohnte Routine weiter, oder? Und ansonsten ist die Story auch wie immer. Der Afghane scheint das Mädchen in seine Wohnung gelockt zu haben, ja, mit Drogen. Hat sie dann auch scheinbar unter Drogen gesetzt und daran sei sie dann auch gestorben. Meine Obduktion sei schon vorliegend, also sei in einer Überdosis gestorben. Aber der Sex sei natürlich einvernehmlich gewesen, beschwichtigt der Afghane. Ja, kennt man auch aus den anderen Fällen, hat es auch immer geheißen, einvernehmlich. Ja, sowieso bei sämtlichen Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen ist immer alles einvernehmlich. Oder die Täter sind um Gottes Willen, ja, psychisch belastet, ja, da darf man natürlich nicht allzu hart vorgehen. Und das Beste an der ganzen Story ist ja sowieso, die Obduktion liefert keine Hinweise auf Fremdverschulden. Ja, und weiter geht's. Und das sagt die Polizeisprecherin. Sie sagt, der 26-Jährige wird nicht als Verdächtiger geführt. Es gibt keine Ermittlungen auf strafrechtlicher Basis. Willkommen in Österreich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, wo Asylwerber regelmäßig irgendwelche Leute umbringen und dann passiert gar nichts. Entweder es wird scheinbar gar nicht ermittelt oder sie bekommen einen Freispruch oder werden eingewiesen in eine psychiatrische. Aber Hauptsache, es gibt keine harten strafrechtlichen Konsequenzen. Na, willkommen in unserem wunderbaren Rechtsstaat. Und all das passiert erst kurz, nachdem unser unfassbar weiser Bundespräsident gemeint hat, Frauenmorde sind ein Männerthema. Ja, absolut. Wer kennt es nicht, diese wöchentlichen Massenvergewaltigungen und Morde von Österreichern an Österreichern oder von Deutschen an Deutschen. Passiert die ganze Zeit. Ist ja nicht so, als würde da die ganze Zeit Afghane stehen oder Syrer stehen oder mit Migrationshintergrund stehen. Nein, das denken wir uns böse Rechte ja nur aus, weil wir so böse hasserfüllt sind und uns ja quasi schon darüber freuen, wenn solche Verbrechen passieren. So kommt mir ungefähr die Argumentation der Linken mittlerweile vor. Es ist nicht so, als würden wir uns das wünschen. Das ist einfach die eiskalte Realität. Und darunter leiden, unter dieser unfassbaren Ignoranz der Linken, müssen unsere Töchter, unsere Kinder, die nichts dafür können. Und am Ende wird Folgendes passieren, nämlich wie immer, gar nichts. Genau, es wird so weitergehen. Wir sehen uns dann in ungefähr ein, zwei Wochen wieder beim nächsten Video, wenn es um den nächsten tragischen Vorfall geht, wo alle unter Schock stehen. Ja, und dann meinen die bösen, bösen, bösen sexistischen Männer, die immer die Frauen umbringen, anstatt es einmal auszusprechen, wie es ist. Nämlich, dass das kein Männerproblem ist, sondern ein massives Kulturproblem. Von Leuten, die hergekommen sind und angeblich Schutz suchen und dann hier unsere Leute abschlachten und vergewaltigen. Und das klingt hart und es klingt populistisch, aber es ist halt einfach die Realität. Aber, wie gesagt, es sind nur Einzelfälle und die sind alle traumatisiert und es sind alle arm und, ja, wird nichts passieren. Deswegen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder bei der nächsten tragischen Verbrechensgeschichte. Und bis dahin kann ich nur sagen, wählt die Rechten. Vielleicht ändert sich dann ja doch mal etwas, ja. Und abschließend würde mich von euch noch interessieren, fühlt euch auch manchmal so ein bisschen einsam, ja. Wir als Rechtsextremisten sind ja die einzigen, die es noch nicht akzeptiert haben, dass so etwas jetzt die neue Normalität sein soll. Ein großer Teil der Gesellschaft scheint das ja mittlerweile einfach so hinzunehmen. Gehört jetzt halt dazu, oder? Das ist halt einfach so. Ja, eine Gesellschaft gewöhnt sich leider doch relativ schnell auch an grausame Umstände. Aber bitte sehr gerne mal unten reinschreiben, ob euch das so ähnlich geht. Ich wünsche euch ansonsten mir mal das Gute, mein Mitleid mit der Familie und ich wünsche dem Täter wirklich nur das Allerschlechteste. Weil da kann man meines Erachtens sehr wohl von einer Tat sprechen. Ja, abonniert mich noch sehr gerne auf YouTube, schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.